Gaz ist ein musikalischer Allrounder. Er singt, er spielt Bass, er spielt Gitarre, er schreibt Songs, er ist Arrangeur und Producer. Ich finde, er spielt Bass wie kein anderer. Manchmal denke ich, er sollte eigentlich eine Flamenco-Gitarre in der Hand haben. Gitarre ist undran. Wenn du nicht mit dem Gerät in der Hand zu strach, dann gehe ich darauf ab. Dann gehe ich auf eine Wunschung. Das war schnell, wenn du nicht mit dem Gitarre ist. Er spielt davon aus, wie die Wälder sind. Das kann man auf dem Gerät leben. Vielen Dank.